Ja, hallo und wir kommen hier zur 18. Folge Supremacy 1914 mit Südkermann auf der 500er Community-Karte. Wir haben's, Tag Nummer 19 und wir stehen auf Platz 18 mit 37 Siegpunkten. Wir sind wieder langsam dabei, ein bisschen von den Punkten abzufallen, aber ich hoffe, dass sich das bald legt. Ihr seht's hier, große Truppenverbände nähern sich auch hier im Süden, ist ordentlich was los. Ähm, ja, es gibt viele, viele Baustellen und wir müssen jetzt echt mal gucken, wie das jetzt in nächster Zeit hier losgeht. Ähm, wir sammeln jetzt hier eine neue kleine Heeresgruppe im Süden bei unserem verbündeten S-Kicker. Die soll hier die, ja, ich sag jetzt mal hier unten den Bereich so ein bisschen stärken. Hier ist noch mal ein schwerer Panzer und ein leichter Panzer dabei, also dass wir da recht gut gestärkt sind. Es kommen von hier oben auch noch mal ein paar, äh, Panzerwagen runter, um Defensive zu leisten. Zeitgleich sammeln wir auch bei uns im Norden, in den gut moralisierten Gebieten, noch mal eine kleine Armee. Ähm, und wir kommen aber als erstes zu der Front, beziehungsweise zum Krieg gegen Südkermann, äh, Quatsch gegen Kaschmir. Weil das ist momentan noch der größte, ja, der größte, die größte Baustelle. Und da müssen wir jetzt echt mal gucken, wie wir das Ganze angehen, weil wir haben das Problem, dass Süd, oder dass Nord Kaschmir jetzt hier dabei ist, seine Armeen zusammenzufügen und hier eine große Streitmacht bilden wird. Also sprich, die große mit den 200 irgendwas Infanterie hier im Norden, die er hatte und dann halt die 84. Heeresgruppe hier im Süden. Ja, da müssen wir jetzt echt mal gucken, wie wir dagegen vorgehen. Ähm, mein Plan ist jetzt eigentlich mit der Heeresgruppe dagegen zu kämpfen. Ich gehe auch davon aus, dass wir da stärker sind, schon allein wegen der ganzen Arti. Äh, wir müssen aber mal gucken, was wir da jetzt machen. Ähm, wir haben halt hier das Problem, dass wir hier schon eine übelste Verteidigung haben. Also wirklich extrem. Wir haben aber auch das Glück, dass wir hier sehr viel Angriff haben. Also wir haben, die müsste um die 600 Angriff haben, wenn die dann alle mal zusammengefügt sind. Das werden wir auch dann machen, nachdem die hier eingenommen haben. So, dann schicken wir hier mal den Panzerwagen schnell zurück. Genau, um dann hier auch die Defensive wieder zu übernehmen. Dann kriegt Kaschmir nämlich hier die Front auch nicht. Also wir sind jetzt gerade am gucken, dass wir das alles hier so ein bisschen, äh, ja, ich sag jetzt mal stabilisiert bekommen hier die Front. Aber das ist so ein bisschen unser Problem, was wir momentan haben. Ähm, ich bin auch am überlegen, ob wir hier reingehen. Aber da habe ich dann das Problem oder ein bisschen die Angst, dass Nordkaschmir dann hier durchbricht. Deswegen mache ich das nicht. Wir könnten allerdings sagen, wir spalten hier einfach mal 20 ab. Und versuchen, gucken mal, was er macht. Wir brauchen drei Stunden. Wenn er denn das dann mal macht. Genau, drei Stunden. Ne, wir brauchen fünf Stunden. Vier Stunden. Wieso steht da drei Stunden? Aber hier unten steht fünf Stunden. Das ist ja auch mal wieder sehr interessant. Fünf Stunden. Was ist denn, wenn wir so gehen? Dann brauchen wir auch fünf Stunden, neun Minuten. Okay, und wenn wir so rumgehen, dann brauchen wir auch fünf Stunden, dreizehn Minuten. Okay, also ist die Variante hier sogar günstiger. So blöd es auch klingt. Dann machen wir das auch so. Dann sollte das auch unterm Strich passen. Ansonsten müssen wir jetzt echt mal gucken. Also wir haben jetzt hier einen riesigen Frontverlauf und müssen jetzt irgendwo Klarheiten schaffen. Also der Aquila wird jetzt mit Paul versuchen, hier die Armee in die Zange zu nehmen. Damit die jetzt ausgeschaltet werden. Die haben 3.700 ungefähr. Hier haben wir 2.600. Was hat Aquila hier? Ja, es könnte klappen. Die haben halt hier eine sehr hohe Verteidigung. Das ist so ein bisschen unser Problem durch die ganzen Panzerwagen. Also Südkermann auf jeden Fall. Äh, äh, Nordkashmir. Was ist Südkermann, genau? Ja, wir haben auch sehr viele Panzerwagen. Aber Nordkashmir hat wirklich sehr viele Panzerwagen. Das muss man wirklich so sagen. Und das ist auch ein Problem, was wir angehen müssen. Ähm. Ähm, ansonsten ist es jetzt geplant, dass BMFox hier weiter im Norden schnell voranrückt und versucht hier schnellstmöglich Klarheit zu schaffen. Ähm, hier dann quasi den Bogen rumzuziehen. Das ist, das muss auch so schnell es geht erfolgen. Ich werde das auch nochmal BMFox schreiben, dass das wirklich schnellstmöglich erfolgen muss. Einfach damit wir hier die Zange zumachen, um die Front hier so schnell es geht. Am besten in den nächsten zwei Tagen, äh, zu stabilisieren, um hier die Truppen dann abziehen zu können. Ähm, das wäre sehr, sehr wichtig. Und, äh, ja, das muss halt einfach jetzt schnell gehen. Ähm, aus dem Grund, dass Nordkashmir hier noch eine relativ große Bedrohung ist. Genauso wie hier. Ähm, unterm Strich sind wir überlegen. Da kann man nicht sagen, ich meine, wir kämpfen hier gerade fünf Länder oder sechs Länder, ne, fünf Länder gegen eins. Äh, ja, da sind wir definitiv überlegen. Da brauchen wir gar keine, gar nicht drüber reden. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr schwierig und halt sehr, sehr langwierig aufgrund der hohen Distanzen hier im Norden bei Nordkashmir. Ähm, genau. Wir brauchen halt die Truppen für Siam, weil wir haben das Problem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, Zwili und Palmbang hier noch eingreifen. Und das Ganze ist sehr, sehr hoch. Und dem müssen wir auf jeden Fall entgegenwirken, weil das wäre nicht gut, ähm, wenn das dazu führt, dass die beiden hier eingreifen können. Das wäre ein Problem, weil dann verschiebt sich hier das Kräfteverhältnis umgehend und wirklich sofort. Momentan ist es noch so, dass wir hier recht ausgeglichen stehen. Äh, keiner kann hier so wirklich durchmarschieren. Äh, SKK ist jetzt hier auch dabei, mit ordentlich Boostern, äh, die Festung aufzuwerten. Das hat aber auch den Grund, dass auch der Booster-Einsatz vom Siam, gerade was Truppen-Haien angeht, wirklich auch, äh, ordentlich ist. Von daher ist das ein Konter und von daher ist das auch für völlig in Ordnung, völlig legitim. Ähm, ja, aber darauf muss man halt einfach reagieren und das ist halt ein großes Problem. Und wenn jetzt Ziele hier noch kommt, dann ist das ein größeres Problem. Und das müssen, dem müssen wir auf jeden Fall zu vorkommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt hier, äh, recht schnell, ja, Negan mit Köpfen machen, sag ich mal. Und Aquila und so die Truppen, dass die dann halt alle frei werden. Paul dann eventuell, ähm, sich langsam auf Europa konzentrieren kann mit BM Fox. BM Fox könnte dann hier den Weg quasi gehen. Paul geht den Weg. Äh, das müssten wir einfach mal gucken. Eventuell mit Ägypten auch zusammen, der sich ja hier wirklich extrem in die Länge gezogen hat mittlerweile. Äh, ja, da müssten wir einfach mal gucken. Ja, die Armee, die würde uns richtig gut tun hier im Kampf gegen, im Kampf gegen Siam. Wäre eigentlich die Idee, aber das ist ja wahrscheinlich eine Route von mehreren Tagen hier rüber. Das wäre halt blöd, aber es wäre halt eigentlich die Armee, die hier landet. Das wäre ideal. Aber das wird leider nicht passieren. Ähm, ja. Ansonsten, ähm, steht der Plan jetzt, wie gesagt, wir versuchen jetzt hier mit allen Mitteln und Wegen heute die Armee hier zu stellen. Vom Nordkashmir hier einfach mal jetzt Nägel mit Köpfen zu machen. Ansonsten das gleiche Ziel auch hier im Norden von Aquila und Co. Da müssen wir einfach mal gucken, dass wir das in irgendeiner Form hinbekommen. Und deswegen würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.